Solide Haushaltspolitik ist die Grundlage für nachhaltiges Handeln. Das Innenministerium hat uns in Stammbuch geschrieben, dass die dauerhafte Leistungsfähigkeit unserer Stadt nicht gegeben ist. Was heißt das? Wir geben mehr Geld aus, als uns zur Verfügung steht. Das bedeutet, wir müssen unsere Projekte solider planen, gerade in diesen unsicheren Zeiten.